Ich bin Martin von der CT, Martin Holland von der CT und würde sagen, wir fangen gleich an. Und ich habe als erstes jemand, der ein bisschen nur was erzählen kann. Den Rest müsst ihr euch anhören, drüben in der Glashalle. Das ist Henry. Und den Rest erzählst du. Was machst du hier? Ja, ich habe eine Software geschrieben, mit der man über einen genetischen Algorithmus VST-Plug-In-Synthesizer steuern kann. Und ja, also Klänge züchten kann. Und das funktioniert im Prinzip so. Diese Software, die ich programmiert habe, die erstellt acht Klänge zufällig. Und von diesen Klängen muss ich mir jetzt durchhören und dann zwei Klänge auswählen, die ich dann paare. Diese beiden Klänge tauschen dann sozusagen Parametereinstellungen untereinander aus. Und diese Parametereinstellungen, das sind dann, wenn man so will, die Kinderklänge davon. Und diese Kinderklänge, die kann ich weiterentwickeln, indem ich die mit neuen zufälligen Klängen, die ich erstelle, durch diese Software paare. Und so komme ich dann Generation für Generation irgendwann zu einem Klang, der mir in etwa gefällt. Und dann hast du am Ende einen Klang. Du hast dann wie lang gebraucht? Es kommt ganz darauf an, wie komplex der Synthesizer ist, den ich ansteuere. Aber in der Regel, wenn ich einen relativ kleinen Freeware-Synthesizer benutze, dann dauert es vielleicht 40 Generationen. Also es würde dann bedeuten, 40 mal jeweils vier Klänge anhören. Und da geht schon einiges an Zeit drauf, auf jeden Fall. Das ist so eine Tüftlersache eher. Und was machst du dann mit dem Klang am Ende? Du hast dann einen sehr besonderen Klang? Ja, die klingen in der Regel sehr ungewöhnlich, sag ich mal. Ein bisschen organisch. Und wenn mir davon einer gefällt, dann speichere ich den ab und kann den in irgendwelchen Kompositionen verwenden. Und die Komposition kann man sich auch anhören? Die kann man sich auch anhören, ja. Hier gibt es online die Adresse, können wir nochmal einblenden. Die kann man bei dir auf Soundcloud anhören. Genau. Und wie viel hast du denn heute schon gefunden? Wie viele Klänge? Eigentlich, ja, hunderte vielleicht, würde ich sagen. Also es ist ja immer so eine Unschärfe da drin. Man kann ja nie sagen, jetzt will ich genau diesen Klang haben oder so. Sondern man tastet sich so Schritt für Schritt an die jeweiligen Klänge ran. Deswegen, es gibt da keine Perfektion in dem Sinne. Wie lange suchst du jetzt schon Klänge? Also heute allein? Insgesamt. Insgesamt. Die Software ist jetzt kurz bevor ich hierher gekommen bin überhaupt erstmal entstanden. Also ja, ich habe sozusagen auf der Fahrt hierher die restlichen Debuggings durchgeführt, dass sie vorführfähig ist. Sodass ich heute im Prinzip auch für mich meine Premiere damit hatte. Ich habe allerdings in einer früheren Version, die noch ein bisschen einfacher gebaut war, schon Klänge gezeugt, gezüchtet, die auch auf der Internetseite dann in LIDA verwendet wurden. Okay, und die Klänge, die du jetzt hier auf der Maker Faire findest, die gibt es dann auch online? Ja, ich habe leider keine Möglichkeit gehabt, die zu speichern. Bisher. Weil einfach immer mal jemand gekommen ist, der sich informiert hat. Und dementsprechend muss ich dann nochmal wieder von vorne anfangen, von der ersten Generation. Und da sind die Klänge dann sehr, ja... Kann man sich das Programm oder die Erklärung von dir auch online irgendwo angucken, wenn man es nicht mehr her schafft? Genau, ja. Auf der Internetseite, die eingeblendet wurde, werde ich demnächst, jetzt innerhalb der nächsten zwei, drei Tage, dann den Download-Link auch veröffentlichen. Und da ist dann in einem Archiv dann alles, was man dazu wissen muss, drin enthalten. Also Bedienungsanleitungen, irgendwelche zusätzlichen Softwares, die man braucht. Und die Software selbst natürlich als Freeware und Open Source. Da kann sich jeder, der die irgendwie verändern will, dann natürlich auch dann an der Entwicklung beteiligen. Kann dann noch suchen. Okay, also wir... Es ist ja noch ein Tag da, wenn das Video rechtzeitig da ist, kann man morgen noch mit dir Klänge suchen. Genau, ja, in der Glashalle drüben dann. In der Glashalle, super. Okay, dann gehen wir zur nächsten. Hi, Mario. Ich habe dich lang gesucht. Hallo, auf der Maker Faire. Für dich ist, wir müssen erstmal die Kamera rumschieben. Womit bist du hier? Also ich bin gleich mit mehreren Projekten hier, aber ich fange erstmal mit dem Exponat an, was hier vor uns steht. Und zwar ist das ein Tisch, wie man uns schwer erkennen kann von einer größeren Möbelkette. Und den haben wir halt ein bisschen umgebaut, sodass man jetzt verschiedene Spiele auf dem Tisch spielen kann. Pong, Snake, Tetris und ist auch beliebig erweiterbar. Wir sind zu dem Projekt gekommen. Das ist eigentlich, muss man dazu sagen, ein Remake von einem holländischen Maker. Ich muss ein bisschen weiter ausholen dafür. Wir haben in Aachen einen Dogbot-Treff. Das ist ein Treff einmal im Monat, wo ganz viele Bastler kommen und sich zusammentun und austauschen. Und dort ist vor einiger Zeit der Jürgen hingekommen mit einem, also der Jürgen ist, muss man dazu sagen, aus einem Verein, die in Köln mit Lego-Gebäuden nachbauen. Also ein Lego-Modellbauer. Und die haben halt ein Modell in drei Meter Höhe vom Köln-Turm gebaut. Und die Beleuchtung des Köln-Turms ist halt relativ langweilig. Da laufen ein paar Animationen ab und so weiter. Und dann hat man nach einer Möglichkeit gesucht, wie man das etwas verschönern kann. Und durch die Make-Light-Initiative vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, die haben uns halt zusammengebracht in dem Kontext. Und dann haben wir halt für die was überlegt, recherchiert und diesen Tisch gefunden. Haben gedacht, wir können das Konzept und das Prinzip übertragen auf den Turm. Und weil es so toll war, haben wir gleich gedacht, wir bauen noch zwei von diesen Tischen dazu. Was gibt es jetzt alles auf dem Tisch? Also hier laufen jetzt gerade Zahlen durch, wenn ich das richtig sehe? Ja, auf dem Tisch gibt es im Prinzip jetzt erstmal ein Menü. Das läuft hier durch. Das ist jetzt Punkt 2, da steht Tetris. Und mit dem Game-Controller, mit dem Xbox-Controller kann man quasi zwischen den verschiedenen Menüpunkten wechseln und ein Spiel oder Animation etc. auswählen. Kannst du es zeigen? Ja, auf jeden Fall. Dann mach mal. Gucken wir mal. Also ich habe zwei davon hier, wenn ich das richtig den Überblick habe. Zwei von den Tischen. Wie viel Technik ist drin? Wie viel Arbeitszeit? Ja, ich muss erstmal sagen, das ist nicht ein Projekt, was ich alleine gemacht habe. Das habe ich mit dem Christoph zusammen gemacht. Das ist ein Arbeitskollege von mir. Und natürlich braucht man dann zwei Tische. Man möchte ja nachher sein Wohnzimmer nicht alleine verschönern. Arbeitszeit, ganz ehrlich, der Tisch an sich, den kann man in einer Woche so bauen, wie er steht, wenn man die Teile vorliegen hat. Es sind verschiedene Laser-Cut-Teile drin. Es sind LED-Straps verbaut. Es ist ein Teensi als Controller drin. Das ist ein relativ einfacher Aufbau. Dann haben wir noch diesen Fancy-USB-Hub, der auf Touch rein- und rausfährt, angebaut, damit es ein bisschen toller ist noch. Nee, aber im Prinzip in einer Woche ist das Projekt auch, sage ich mal, für einen ungeübten Bastler sehr einfach umzusetzen. Die ganzen Dateien, alles ist Open Source. Man kann es im Internet runterladen. Was wir halt prinzipiell noch gemacht haben, ist, wir haben die Software angepasst, weil wir auf dem Turm, den sieht man leider jetzt nicht im Bild, aber das kann man halt auch im Internet auf fotonic-campus.de und der Sparte Make Light leicht finden. Da wollten wir, dass vier Spieler auf jeder Seite spielen können. Und deswegen haben wir die Software noch angepasst, was leider nicht möglich war. Die Spieler können nicht gegeneinander spielen zurzeit. Dafür hat leider die Zeit nicht mehr gereicht. Aber das ist das Ziel als nächstes? Das ist das Ziel vielleicht. Mal schauen, weil ich habe ja eigentlich auch noch ganz viele andere Projekte. Und zum Beispiel baue ich halt momentan an einem 3D-Stereolithografie-Drucker. Das ist auch ein Projekt, was vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, das wird unterstützt von denen. Und da würde ich vielleicht nochmal sagen, ich nehme da im Rahmen dieses Projekts auch am Hackaday-Price teil. Der erste Preis ist ein Flug ins Weltall. Und es wäre eigentlich ganz toll, wenn ihr mich da unterstützen würdet. Bisschen Eigenwerbung, natürlich. Und du hast doch Projekte hier. Möchtest du noch den Rest auch noch aufzählen, wenn du schon einmal hier oben stehst? Okay, dann erzähle ich erstmal, wie ich zu dem ganzen Kram quasi gekommen bin. Das seid ihr nämlich schuld mit eurem Nachflott den Schrott 2-Wettbewerb. Ich habe damals, da lachen die Leute schon, die wissen nämlich jetzt, was kommt. Ich habe damals diesen Toilettenpapier-Drucker aus Schrott gebaut, der halt dann Facebook-Wall-Nachrichten oder Tweets oder irgendwelche heiße Feeds auf Toilettenpapier ausdrückt. Das muss ich noch eine kurze Sache dazu sagen. Das Witzige ist, die Resonanz ist jetzt nach vier Jahren immer noch so groß, dass ich überlegt habe, da ich ja jetzt schon ein fortgeschrittener Maker bin mit Lasercutter und 3D-Drucker, dass ich überlege, das Ding nochmal neu aufzulegen und dann halt mit echten Tintenpatronen auch draufdrucken werde. Ja, nächstes Jahr. Nächste Maker-Fair möchte man sehen. Mit Sicherheit. Wir werden sehen. Cool. Okay. Dann danke dafür. Das war jetzt auch zu sehen im Video, hoffe ich. Ich gehe jetzt mal weiter. Gucken wir mal. Ich kriege nicht so einen guten Übergang hin. Hallo Jonas. Hallo. Du bist am gleichen Stand gestanden, hast aber ein anderes Projekt. Was hast du mitgebracht? Ich habe euch eine 360-Grad-Kamera mitgebracht. Hier stecken sechs GoPro-Kameras in einem 3D-gedruckten Plastikkäfig. Und damit kann man voll sphärische Panoramen aufnehmen. Vielleicht zeige ich euch das ganz kurz, dass wir einmal sehen, wie das läuft. Wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Da. Okay. Ich komme mit. Erzähl mal ein bisschen was zu. Okay, also hier sieht man einen kleinen Planeten. Das kann man mit dieser Kamera, die hier gebaut ist, eben umsetzen. Bisschen schwierig mit dem Licht, ne? So. Jetzt haben wir es. Und das hast du mit der Kamera aufgenommen, die du hier gerade in der Hand hältst? Genau. Das, was man hier sieht, dieses Video, das ist mit dieser Kamera entstanden. Sechs Kameras nehmen quasi gleichzeitig auf und so kann man 360 Grad in einem Take aufnehmen. Ja, die Technik geht sogar noch ein bisschen weiter. Da kannst du jetzt, glaube ich, mal eine Runde spielen. Ich gucke mal. Wir müssen hier alles ein bisschen beweisen. Jetzt sind wir gerade schön zu sehen. Einfach mal wieder draufschalten, liebe Technik. Da. Da sind wir. Ja, mach du es mal besser. Da. Da ist es. Das ist das gleiche Video, nur eine andere Abspielart. Sehe ich das richtig? Genau, man kann das Video auch auf sein Handy bauen und dann die Bewegungssensoren vom Handy benutzen, um sich in diesem Video interaktiv zu bewegen. Das ist ein bisschen schade. Also, nur um das kurz zu erklären. Also, das heißt, wenn man jetzt das Handy in eine richtige Richtung hält, dann sieht man die Richtung, wie du gespielt hast. Gefahren bist. Man kann das jetzt drehen. Das ist ein bisschen schwierig, spiegelverkehrt. So sieht man das vielleicht. Also, man kann das drehen. Ist eine andere Art, 360-Grad-Videos zu zeigen. Okay, wir gehen mal zurück. Ich schätze, hoffe, dass man sich das vorstellen kann. Ansonsten kann man das bei euch am Stand angucken. Genau, man kann viele Videos mit der 360-Grad-Kamera da vorne am Maglite-Stand bei uns angucken. Ja, freue mich, wenn jemand vorbeikommt. Wie lange hast du, oder wann hattest du die Idee dafür? Die erste Idee hatte ich vor zwei Jahren. Da habe ich das erste Mal so einen kleinen Planeten fotografiert und dann gedacht, das wäre doch großartig, das als Bewegtbild umzusetzen. Zwei Jahre viel komische Sachen ausprobiert, viel gescheitert und jetzt haben wir das Gerät, was funktioniert und bin ich ganz glücklich mit. Kann man das nachbauen? Kann man auf jeden Fall nachbauen. Der Mount ist open source, liegt auf Thingiverse. Ich habe auf meinem Blog auch versucht, das alles halbwegs zu dokumentieren. Gerne, wenn es jemand nachbaut, ich helfe gerne. Wir gucken, dass wir das alles in die Links hauen. Dann könnt ihr das alles nachbauen und gucken. Und die App passt du dann auch selbst gemacht dazu oder gibt es das schon? Ne, die App ist nicht von mir. Es ist eine französische Firma, ein kommerzielles Produkt, aber die App ist kostenlos. Kann man schön mit rumspielen. Okay, super. Dann danke auch dafür. Dann habt ihr jetzt noch was kennengelernt und jetzt gehen wir zu dem Riesenspiegel, der hier die ganze Zeit schon kommt. Komm mal ein bisschen mit vor. Wir stellen uns mal zu deinem Spiegel. Hallo Markus. Hallo. Was ist das für ein Spiegel? Naja, der bringt das Licht aus der einen Seite des Tals in die andere Seite des Tals in unser Wohnzimmer. Du wohnst in einem großen Tal, wo es im Winter keine Sonne gibt? Ja, also so tief sind die Täler da nicht in Heidelberg im Neckartal. Okay, und der sorgt dafür, dass ihr Licht habt, wenn alle anderen um euch rum im Dunkeln sitzen. Im Moment ist es ein Prototyp. So den Mehr-Tages-Ablauf habe ich noch nicht getestet. Aber die Idee ist, das leuchtet ins Wohnzimmer und da gibt es vielleicht einen großen Wattebausch, der dann alles erleuchtet. Und das heißt, um das jetzt kurz zu erklären, das muss ja mitfahren, weil die Sonne bewegt sich oder wir bewegen uns im Bezug zur Sonne, das muss sich mitbewegen. Und wie hast du das gelöst? Ja, also sollen wir es mal umdrehen? Wir gucken mal, dass wir das schon auf dem Bild haben. Genau. Da ist etwas Technik dahinter. Da. Also hier sind zwei Schrittmotoren auf beiden Seiten und die schieben den Spiegel nach vorne, aber sie können ihn auch drehen, so wie beim Panzer, links, rechts, vorwärts. Und in der Mitte ist eine kleine Uhr und die Uhr, daher weiß man, wo steht die Sonne. Wenn man die Sonne kennt und das Ziel kennt, dann kann man auch ausrechnen, wie der Spiegel stehen muss und dann kann man die Gewindestangen mit diesen Motoren so drehen, dass der Spiegel immer richtig steht. Und wie groß ist das Lichtfeld, was dann bei dir ankommt oder wie weit ist der Spiegel weg, beides? Es sind 600 Meter und dann wird dieser kleine Spiegel zweimal drei Meter groß an unserer Hauswand und wenn wir das Fenster treffen, dann kommt es auch ins Wohnzimmer. Du hast es ja noch nicht gebaut, das ist jetzt ein Test. Willst du es aufbauen? Ja, ja, also man muss es schon bis zum Ende ausprobieren, um alles gelernt zu haben, was man lernen kann. Ja, wir werden es machen. Und es ist dann nur ein Fenster, wenn ich jetzt so richtig im Kopf gucke, da hat man ein Fenster, dann muss man sich entscheiden in der Familie, welches Fenster das Licht kriegt. Das ist eine gute Idee. Da habe ich noch nicht dran gedacht. Einzelne Fenster ansteuern per iPhone. Und es ist schon für die Wohnung gedacht oder gibt es noch irgendwelche anderen Möglichkeiten, was man damit machen kann? Ja, meine Frau hatte die Idee, eine bestimmte Rose, mehr Licht zu bekommen. Also im Garten ein bisschen in der Nähe aufstellen und zack, wird es auf diese Rose gestellt. Ah, okay, dann wird die natürlich gut wachsen. Wann steht das Ding und wann sind die Nachbarn neidisch? Also sie sind jetzt schon ein bisschen neidisch, weil das wird immer im Garten aufgebaut und jeder fragt, was ist denn das und wie funktioniert das? Im Herbst, im September ist es dunkel genug, dass es sich lohnt, das in Gang zu setzen. Und bis dahin habt ihr es? Naja, das gibt nur noch genug Zeit zum Testen, dass es richtig gut funktioniert. Okay, gibt es irgendein Vorbild dafür? Ja, also es gibt einige Helios Daten, die vor allem dazu benutzt werden, Fenster zu beleuchten. Wenn man mal auf Google guckt, da gibt es eine ganze Menge. Auch die Google Leute haben was gemacht, wo Seile hier runtergezogen werden. Also es haben sich schon viele Geeks damit beschäftigt. Ich bin jetzt nicht so ein Geek, ich arbeite bei einer renommierten Firma. Und ich mache das aber, weil es Spaß macht und weil man was von Anfang bis Ende ausprobieren kann. Ja, und das Tal ist ja sicher ein bisschen größer. Also es gibt da ein paar Leute, die das auch haben wollen. Es gibt viele Interesse, auch vom Stadtteilverein. Auch ein Politiker hat sich schon geäußert. Aber wir kennen ja eine Stadt in Norwegen und in Italien, die sowas machen. Das kostet schon eine ganze Menge, wenn man es nach allen Richtlinien und nach allen Sicherheitsvorschriften macht. Wie viel kostet jetzt die Technik so zusammen hier, mal nicht die Arbeitszeit einberechnet? Also Servomotoren je 5 Euro. Ich habe die billigsten genommen, diese Schrittmotoren. Insgesamt vielleicht 50 Euro. Und die Arbeitszeit ist natürlich unbezahlbar, aber dafür macht man es ja. Okay, kann man im Internet, hast du das irgendwo auch so offengelegt, dass Leute das nachbauen können? Oder bist du da noch nicht zugekommen? Das hängt vom Feedback an, wenn ihr morgen zu meinem Stand kommt. Nummer 95 draußen. Ich habe schon einige Karten verteilt und es gab schon einige Interessierte. Okay, das ist auch noch ein Grund, morgen nochmal herzukommen. Oder jetzt gleich ein bisschen sind wir ja noch da. Könnt ihr gleich noch hinkommen? Ja, danke. Danke euch auch. Dann würde ich sagen, könnt ihr zurück an euren Stand und Werbung für machen. Und vor allem dann noch viel Spaß morgen am Sonntag. Und alle, die kommen wollen, morgen ist auch noch was los hier. Danke. 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 Danke.